Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Flames Wars Zombies. Wie macht ein Rätsel? Nämlich dritte Vase, äh, weiterspielen. Ja, von der letzten Folge war das, glaube ich. Da haben wir schon mal eine Runde gespielt. Und, äh, ich mache jetzt einfach weiter, weil wir ja das neue, weil wir ja ein weiteres, ähm, geschafft haben. Also ein weiteres Level. Und, wenn ich mal wieder Bock hatte auf normales Rätsel. Weil das andere Level doch noch recht schwierig ist. Und, irgendwie war das auch klar, dass das passiert. Jetzt. Und, yay, da sind wieder die Disco-Denser-Zombies. Am besten finde ich natürlich noch das Ganze da oben. Dass da nichts passiert. Was ich gleich nochmal Level neu starten machen kann. Und, ja. das habe ich schon mal sehr toll gemacht ach komm jetzt natürlich passiert das hier dann auch wieder okay vielleicht geht es doch noch noch aber nur mit Glück und wenn der dann noch zwei angreifen oder zwei die zwei angreifen dann könnte es auf jeden Fall noch einen Tod geben und von dem her könnten wir das Level eigentlich ja noch schaffen rein theoretisch aber nur rein theoretisch wir hätten den da hinsetzen sollen aber auch egal ja bitte wie ist es dir eigentlich nichts bringen ach die müssen ja erstmal essen stimmt stimmt die im erden müssen doch erstmal essen ich weiß es nicht was total unlogisch ist weil ich das Level nochmal neu machen kann hätte mir hier die gleich hinsetzen die dann gleich hinsetzen ok okay um bei der rm schaden macht ist es logischer dass jeder gewinnen gegen die zwei was einfach logischer ist weil logischer einfach logischer ist dass ich doch einfach das könnte gehen das könnte gut gehen mit den zwei hinten noch kinder das wirklich noch gut gehen ja komm es könnte gut gehen das könnte gut gehen so viel schaden und der kommt auch nicht mehr so froh war als ich das nicht mehr schafft es mich so eine frage dass ich mich schon so schwierig für mich ist aber durch die in zwei bildes den zwei aber schuster stückte schnell und das mal schließen ja das was mit dieser folge ja ich weiß diese folge war kurz wir sehen uns das nächste mal bis dahin schau